Wer soll dir vertrauen, wenn du dir selbst nicht vertraust, hat ein lieber Freund einmal zu mir gesagt. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Wenn ich mir selbst vertraue, können mir die anderen Menschen auch vertrauen. Mir selbst zu vertrauen beginnt damit, dass ich mich nicht selbst belüge. Wohl dem, der sich nicht selbst belügt. Ich gehe wieder zurück zu dem, was ich vorher schon gesagt habe. Ich lebe meine Natur. Ich lebe das, was mich ausmacht. Das heißt auch mitunter Nein zu sagen. Zu sagen, da spiele ich nicht mit, da mache ich nicht mit. Das hat wieder was mit Mut zu tun. Und wenn ich diesen Mut habe, Nein zu sagen, zu mir zu stehen und diesen Weg zu gehen, dann kommt das Vertrauen automatisch.